Bewegung ist eine ganz, ganz wichtige Unterstützung beim Abnehmen. Man sagt, Bewegung ist die einzige Diät, die ewig hält. Der erste Schritt wäre, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Das heißt, häufiger zu Fuß zu gehen, die Treppe zu benutzen, statt im Fahrstuhl, Station früher aus dem Bus auszusteigen und den Rest zu Fuß zu gehen. Das ist eine wirklich geniale Strategie, weil der Stoffwechsel unterstützt wird, die Fettverbrennung wird gefördert und es hilft einfach auch beim Stressabbau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Abnehmen. Und wer dann die Möglichkeit hat, Sport zu treiben, der ist natürlich noch besser und noch schneller am Ziel.